Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Pizza Connection 3, nachdem in der letzten Folge unerwartet diese Filiale hier geschlossen hat. Ja, ist jetzt wieder auf, eine neue Schicht ist da und ich hoffe, dass das jetzt hier einfach mal so ein bisschen reibungsloser verläuft, nachdem wir doch in den ersten zwei Tagen viel Geld ausgegeben haben und dann vor allem durch solche Missgeschicke wie letzte Folge auch einiges an Geld verloren haben, sollte der Rubel doch jetzt langsam mal ein bisschen rollen, dass wir uns dann mal auch an dieses Restaurant machen können. Denn da gibt es sicherlich auch noch einiges an Optimierungsbedarf. Und wir sehen, dass jetzt auch so nicht besonders viel los ist. Aus welchen Gründen auch immer. Vor allem, da wir jetzt vier Kellner da haben. Also ich sage es halt, Dimo muss das mal so prinzipiell mal so einen ganzen Tag den Ablauf sehen. Das ist klar, dass jetzt vielleicht einiges fehlt, weil wir vor uns einfach mal so geschlossen haben. Aber so richtig geil läuft das bis jetzt nicht, muss ich ehrlich gestehen. So, wir haben jetzt 16, 17 Uhr. Okay, gehen wir den zumindest mal raus. Denn jetzt speichert es erst mal und dann sollte es doch weitergehen oder nicht oder doch. Jetzt wo es mal läuft, hängt das Spiel. Okay, da geht es weiter. Ja, also irgendwie. Wann machen wir hierzu? 21. Ja gut, bis dahin ist halt auch wieder leer. Und dann schauen wir uns den nächsten Tag doch mal so komplett an. Ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt erst mal ins Minus rutschen. Und ich würde halt auch zu gern mal das ein bisschen beobachten. Wir spulen jetzt aber erst mal vor, denn wir öffnen hier um sechs. Oh, tausend. Cool. Ja. Den Sachen können wir auch noch nicht allzu viel bemessen. Warum bist du jetzt da? Warum? What the f... Warum ist hier nachts halb drei eine Kellnerin da? Ist ja gar nicht eingeteilt. Oder übersehe ich das gerade irgendwo? Also das Spiel macht mich langsam ein bisschen fertig. Wer bist du denn? Mathilda Jones. Also solange ich nichts für dich bezahlen muss, darfst du gerne hierbleiben. Mathilda Jones hier von 15 bis... Von 15 bis 21 bist du eigentlich da. Das verstehe jetzt, wer will. Aber meinetwegen... Aber meinetwegen... 6 ist halt das nächste, was wir machen könnten. Ja, der eine Koch scheint hier, glaube ich, noch ganz gut hinterher zu kommen. Lieferanten müssten eigentlich immer zwei da sein. Genau, dann machen wir das vielleicht so. Wo fährt denn der jetzt mit den... Das wird schon halbwegs passend, hoffe ich mal. So, dann haben wir drei Kellner da. Jetzt gehen hier doch einige, weil sie keine Pizza bekommen. Das wird den vielleicht doch schon auf dem 6. Das herbestellen. Und dann doch noch... Einen Kellner. Entschuldigung, heißt der Service... Service Craft. Hier mit reinnehmen. Denn jetzt ist doch schon so ein bisschen eine Stoßzeit. Und wir haben keine Dingsbums, keine Zutaten. Und deswegen... Ach, dass man hier nicht mehr der Maus scrollen kann. Das ist ja furchtbar. Hanno da vielleicht noch einen mit rein. So, okay, dann haben wir jetzt so... Es haut halt irgendwie alles nicht hin. Dann musst du wahrscheinlich doch wieder... Dich verpissen, weil sie so richtig brauchen tun, würde ich halt leider nicht. Es sei denn... Es sei denn... Ich hätte den halt mal einfach eher mit reinziehen können. So, nochmal... Oh, das ist ein ganz schönes Kuddelmuddel hier. Genau, dann gehst du hier einfach mal früher mit rein. So, genau. Jetzt haben wir hier ein Koch. Ab 12. Gucken wir mal, ob wir da ein paar Servicekräfte streichen könnten. Ja gut, es ist halt prinzipiell immer noch diese komische Mathilda Jones da, die eigentlich nicht da sein sollte. Jetzt gebe ich mal hier. die zeiteinheiten ist halt das was so ein bisschen nervig ist ich meine ja die stehen halt jetzt eine stunde durch rum ohne dass man sie eigentlich braucht aber ich kann sie halt nicht so einteilen dass eine stunde später kommen kann das halt nur bloß so in drei stunden takten machen weil man sie hier sagen wir mal so von 15 bis 16 oder von 14 bis 16 Uhr eigentlich niemanden da braucht weil da keiner kommt aber es lässt sich halt leider nicht anders einstellen und ich würde auch fast sagen dass wir hinten raus mit einem koch dann eventuell ganz gut arbeiten können ich probiere das jetzt einfach mal weil ein bisschen geld muss man vielleicht doch noch einsparen so und dann ja lassen wir das ding vielleicht einfach so laufen und ich bin aber am überlegen ob wir eventuell irgendwo an einen guten platz irgendwo im park oder so doch einen food truck aufstellen und dann können wir uns am nächsten tag jetzt mal mit dieser filiale beschäftigen genau hier ist jetzt das große das läuft eigentlich alles sehr gut hier werden wir jetzt am nächsten tag mal noch ein klein bisschen die abläufe perfektionieren und dann glaube ich auch dass das ganz gut läuft zumindest haben wir jetzt schon mal 3000 mehr gemacht so hier öffnen wir jetzt um sechs uhr das heißt da können wir noch ein stück vorspulen so und dann schauen wir mal ich gehe nämlich schon mal davon aus dass wir doch hier das eventuell reicht wenn wir hier um neun aufmachen ja das wird auf jeden fall schon mal funktionieren dass wir alles eine stunde verschieben so und dann geht es jetzt hier aber richtig ab da haben wir ja gar nicht genug platz für alle können wir vielleicht sogar noch einen kellner anstellen ab neun aber schauen dass mal wie das weiter läuft was ist denn jetzt der koch und kommen denn da jetzt zu spät genau ab zwölf ist dann nämlich hier schon wieder ein bisschen tote hose wobei da geht es auch ganz gut ab so das heißt wir stellen hier auf jeden fall noch leute ein so 16 17 jetzt kommt nochmal ein tori für den lohnt es sich aber nicht aufzulassen ja genau da machen wir hier 18 uhr zu da komprimieren wir die ganze sache einfach mal ein bisschen sprich wir machen jetzt folgendes wir verschieben erstmal alles was heißt alles dass so eine stunde nach hinten schauen dass wir dann erstens das so machen eventuell ist schon ganz schön viel dann stellen wir ja das ist natürlich jetzt auch doof weil wenn wir jetzt dann drei köche gleichzeitig haben brauchen wir halt auch drei kochstellen ach es ist halt so man muss halt sagen es kommt halt sonst eigentlich niemand nur halt mal kurz in dieser stoßzeit das heißt zwei polizisten guten tag ja es hilft halt nichts das heißt das heißt das heißt und 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 Das Problem wird halt nur sein, dass wir... Nein, abbrechen. Oh, hier haben wir auch noch 10 Stühle übrig, okay? Dann würde ich sagen... Wir stellen hier einfach mal überall noch ein paar ran, wo das so geht. Das, das, das. Das, das. Das sieht nicht besonders schön aus, aber ich glaube das macht dem Spiel eigentlich relativ wenig. So wie ich das bis jetzt kennengelernt habe, machen da solche Details sind ja eigentlich kackegal. Genauso bei den Pizzen, das ist kackegal, wie man da die Zutaten anordnet. Hauptsache, man klatscht das irgendwie auf die Pizza drauf. So, dann haben wir jetzt hier ein paar Plätze mehr. 26. Eine Sache mache ich noch. Ich habe mich dazu entschieden, das jetzt doch hier noch bis 21 Uhr offen zu lassen, weil... Ja. Das ist mit den Überschneidungen, da müssten wir so viel... Da müsste ich nochmal das ganze Restaurant umbauen. So, jetzt kommt die zwar nochmal, das ist gut von ihr, aber bringt jetzt nicht besonders viel. So, dann würde ich sagen, ob die Sache jetzt so funktioniert, schauen wir uns dann einfach in der nächsten Folge an. Und hoffentlich machen wir auch noch ein bisschen Kolle. Würde mich sehr freuen. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Habt erstmal vielen Dank. Bis hierher und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.